Technische Beschreibung des OBDI-Fehlercodes, Korrelation zwischen Motorkühlmitteltemperatur und Ansauglufttemperatur. Was bedeutet das? Dieser generische Fehlercode für die Antriebsstrangdiagnose DTC gilt normalerweise für alle OBDI-Fahrzeuge. Dies kann Fahrzeuge von Toyota, Saab, Honda, GMC, Chevy, Ford, Dodge, Chrysler, Skyen und so weiter umfassen, ist jedoch nicht darauf beschränkt, obwohl generisch, können die spezifischen Reparaturschritte je nach Marke-Modell variieren. Anekdotisch scheint dieser Code bei Toyota-Fahrzeugen, Tundra, Tacoma, Corolla und so weiter, häufiger vorzukommen. Wenn ein Code P011B in einem OBDI-Fahrzeug gespeichert ist, bedeutet dies, dass das Antriebsstrangsteuermodul PCM ein Problem mit den Korrelationssignalen zwischen dem Motorkühlmitteltemperatursensor ECT und dem Ansauglufttemperatursensor IAT erkannt hat. ECT-Sensoren bestehen normalerweise aus einem Wärmewiderstand, der in ein haltbares Harz eingebettet ist und dann von einem Gehäuse aus Messing, Aluminium oder Kunststoff umgeben ist. Das Gehäuse ist typischerweise so gestaltet, dass es in den Motorblock, den Kühler, den Ansaugkrümmer, Kühlmitteldurchgang oder den Zylinderkopf einfädelt. Es ist so geformt und positioniert, dass nach dem Öffnen des Thermostats Motorkühlmittel über die Spitze fließen kann. Der freiliegende Widerstand befindet sich in der Nähe der Spitze des Sensors. Durch Erhöhen der Motorkühlmitteltemperatur nimmt der Widerstand im ECT-Widerstand ab und die Stromkreisspannung steigt an. Das PCM erkennt diese Schwankungen der ECT-Spannung als Änderungen der Motorkühlmitteltemperatur. Der ECT-Sensor liefert dem PCM Daten für die Fahrstrategie und den Betrieb des elektronischen Lüfters. Es kann auch dazu dienen, ein Signal an die Temperaturanzeige im Kombi-Instrument zu senden. Der IAT-Sensor verhält sich ähnlich wie der ECT-Sensor, nur mit einer viel engeren Reichweite. Es werden nur Schwankungen der Umgebungsluft im Gegensatz zu Änderungen der Motorkühltemperatur überwacht. Der IAT-Sensor ist normalerweise so positioniert, dass Umgebungsluft beim Eintritt in den Motoreinlass über ihn gesaugt werden kann. Der IAT-Sensor wird fast immer in das Luftfiltergehäuse oder das Lufteinlassrohr eingesetzt. Wenn das PCM Spannungssignale vom ECT-Sensor und vom IAT-Sensor erkennt, die sich um mehr als einen vorprogrammierten Grad unterscheiden, wird ein Code P011B gespeichert und eine Störungsanzeigelampe, MIL, leuchtet möglicherweise auf. Bei einigen Fahrzeugen sind mehrere Zündzyklen mit einem Fehler für die MIL-Beleuchtung erforderlich. Was ist der Schweregrad dieses Codes? Das Fahrverhalten des Motors, der Betrieb des elektronischen Lüfters und oder die Genauigkeit der Temperaturanzeige können durch die Bedingungen beeinflusst werden, die zur Speicherung eines Codes P011B beitragen. Dies sollte dringend angegangen werden. Was sind einige der Symptome des Codes? Zu den Symptomen eines P011B-Motor-Codes können gehören, übermäßig fetter oder magerer Auspuff rauer Motorlehrlauf, besonders beim Kaltstart, verminderte Kraftstoffeffizienz, verminderte Motorleistung, andere Motortemperatur-Codes. Was sind einige der möglichen Ursachen des Codes? Ursachen für diesen Code können sein, ECTI-AT-Sensor defekt Kabel oder Stecker des ECTI-AT Sensors öffnen oder kurz schließen niedriger Motor Kühlmittelzustand schlechter Thermostat Wasserpumpe defekt Lufttasche im Motor Kühlsystem PCM oder PCM Programmierfehler Was sind einige Schritte zur Fehlerbehebung bei P011B? Ein Diagnosescanner, ein digitales Volt-Ohmmeter, DVOM und eine zuverlässige Fahrzeuginformationsquelle gehören zu den Tools, die zur Diagnose eines Codes P011B erforderlich sind. Meine Diagnose für einen ECT-Sensor bezogenen Code würde damit beginnen, sicherzustellen, dass das Motorkühlsystem bis zum richtigen Stand mit dem richtigen Kühlmittel gefüllt ist, und den Motor zu betreiben, um sicherzustellen, dass Thermostat, Wasserpumpe, Kühler und Lüfter funktionieren richtig, im Kühlsystem dürfen keine Lufteinschlüsse vorhanden sein, alle Facetten des Motorkühlsystems müssen ordnungsgemäß funktionieren. Bevor dieser Code diagnostiziert werden kann, überprüfen Sie bei normalem Kühlsystem alle Kabel und Anschlüsse des ECT-IAT-Systems visuell und führen Sie die erforderlichen Reparaturen durch. Schließen Sie nun den Scanner an den Fahrzeugdiagnoseanschluss an und rufen Sie alle gespeicherten Codes und Standbilddaten ab. Standbilddaten könnten als Momentaufnahme der genauen Umstände beschrieben werden, die zum Zeitpunkt des Fehlers auftraten, der zum gespeicherten Code P011B führte. Notieren Sie diese Informationen, da sie sich im Verlauf der Diagnose als hilfreich erweisen. Löschen Sie die Codes und testen Sie das Fahrzeug, um festzustellen, ob der Code zurückgesetzt wurde. Testen Sie die einzelnen ECT-IAT-Sensoren mithilfe des DVOM, wenn der Code zurückgesetzt wird, bevor das PCM in den Bereitschaftsmodus wechselteckt. IAT-Sensoren, die nicht den Angaben des Herstellers entsprechen, müssen ersetzt werden. Informationen zu den Spezifikationen für Komponententests finden Sie in Ihrer Fahrzeuginformationsquelle. Testen Sie einzelne Systemschaltungen mit dem DVOM, wenn alle ECT-IAT-Sensoren den Herstellerspezifikationen entsprechen. Wenn alle ECT-IAT-Sensoren und Schaltungen innerhalb der Spezifikationen liegen, vermuten Sie einen PCM-Fehler oder einen PCM-Programmierfehler. Zusätzliche diagnostische Hinweise, der IAT-Sensor wird häufig nach dem Austausch des Luftfilters oder anderen damit verbundenen Wartungsarbeiten vom Stromnetz getrennt. Trennen Sie unbedingt alle zugehörigen Controller vom Stromkreis. Bevor Sie den Widerstand mit dem DVOM testen, seien Sie vorsichtig. Wenn Sie das Hochdruckmotorkühlmittel testen, überprüfen Sie die Technischen Service-Buildtanks, TSB, auf Hilfe bei Ihrer Diagnose. Untertitelung des ZDF für funk, 2017